Es geht schon wieder los, die Tamilou muss schon wieder auf die Pipi-Toilette. Ja. Hallo, ich habe bis gerade Pause. Ich bin mal gespannt, wie wir heute alles so kennenlernen und treffen. Yo Freunde, wir sind da, Delna Musikpark, wir sind gerade reingelaufen hier für Check-In. Jetzt geht's los. Disco Contact 2015, wir starten. Chino! Wow! So Freunde, was machen wir hier? Was machen wir wohl hier? Ratet doch mal. Wir gehen wohl klassisch einmal wieder aufs Flo. Freunde, es geht schon wieder los, die Tamilou muss schon wieder auf die Pipi-Toilette. Und zwar, ja, und zwar waren wir hier schon mal. Ja, und wollten ein Bum-Bum-Eis kaufen. Und in welchem Video können Sie das sehen? Auf unserem Weg nach Köln sieht man das. Ja, in welchem Video findet man das? Äh, die Anreise. Ja, aber wohin denn? Nach Köln! Achso, zu DSS! Und was, wer hat denn eigentlich bei DSS gesungen? Ach, ich will mal ganz kurz aufklären noch. Bei DSS bin eigentlich ich hingegangen, die Tamilou hat mich nur begleitet. Ich kann's aufklären, ich kann euch sagen, wer nicht gesungen hätte, das war ich. Ja, aber die Tamilou wollte eigentlich auch nicht singen, nur ich hab ja gesagt, wenn sie eh schon dabei ist, dann melden wir sie natürlich auch gleich an. Und heute hat Tamara ihr Schnupfen und Nieserle. Ja, quasi. Und meine Kamera geht schon wieder zu. So, ein bisschen Eis? Ja, Bum-Bum-Eis. Komm, wir gucken mal, was es hier gibt. Ja, stimmt. So, dass wir hier schon mal wahrdenken, die erkennen uns vielleicht auch noch. Vielleicht. So. Oh, leider kein Bum-Bum-Eis für mich, also. Ich liebe die Kamera. Ist es kalt, weil ich mal, oh, die Kamera schon wieder. So. Hallo. Hallo. So, Freunde, wir melden uns gleich zurück. Drücken, bis gleich. Juhuuu. Freunde, wir schreiben die ganze Zeit schon mit dem Hans Entertainment. Der ist zufälligerweise im gleichen Hotel wie wir. Und zufälligerweise muss ich jetzt aufs Klo. Und die Tamara freut sich. Weil dann so ein Nachhinein zum Verschlingen geht. Ah, meine. Ah, meine. So, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie wir heute alles so kennenlernen und treffen. Nachher werden wir ja mal sehen, wie alles da so rumrennt. Der Erdogan hat auf jeden Fall schon mit drin. Von K11. Äh, Alarm verkaufen. So, wir gehen ins Pippi-Mache. Ich sag bis nachher. Tschüss. 100 Euro mehr. So, Freunde. Wir sind angekommen im Hotel. Normalerweise steckt man dann direkt auch hier und die Karte gleich ins Ding rein. Damit ich mal Licht habe und alles. So. Genau, sie kannst doch. Natürlich. Ich kann alles. So. Aber Tare, wir haben keine Bafon, sonst hätte ich jetzt gewartet. Deine Ernst? Ja. Das kostet was in das Mensch. Ja, ich weiß. Hallo. Hallo. Ich hab bis grad... Pause. Da können wir so viel Wasser reinfüllen, dass du auf dem Boden liegen kannst. Genau. So, Freunde. Ich würd sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen fresh chill noch eine Runde. Dann gehen wir in den Delta Musikpark zum Disco-Contact. Aber spätestens dann seid ihr wieder dabei. Bis nachher. Tschüss. Yo, Freunde. Wir sind da. Delda Musikpark. Wir sind grad reingelaufen hier für Check-In. So, wir warten jetzt noch auf meinen Bruder. Der kommt auch gleich. Mir geht's schon richtig ab, Freunde. Jetzt geht's los. Disco-Contact 2015. Wir starten. Wuuu.